Ich brauche meinen Telepompter, naja, sehr gut. Ich brauche meinen Weihwasser, komm doch hier zu meiner Rechten, mein Weihwasser auch, genau. Liebe Gemeinde, wir stehen hier vom BND, die unsere Daten sichern. Sie versuchen es hart, sie machen einen guten Job. Manchmal gelingt ihnen gewisse Sachen nicht so gut, wie jetzt im NSA-Skandal. Manchmal gelingt es ihnen sogar so schlecht, dass sie ihre eigenen Baupläne veröffentlichen. So geheim sind sie. Sie brauchen eine Schutzpatronin, sie brauchen unser aller Unterstützung, sie brauchen Sankt Adata. Wir rufen dich an, Gesegnete, du Maledaite, Datenschlepperin. O Sankt Adata, Heilige der Kabel und Drähte. Fonfon Fonfon Bitte erlausche unser aller Gebete. Fonfon Überwache du, 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 unsere mobilen Geräte. Fonfon Und noch mal ein bisschen rein, Weibach, an die Hute. Okay, dann wenn various impuls, bitte, ihres Amtes schreiten könnten. Und meine serophinischen Bläser noch mal eine sakrale Melodie intonieren, damit die Luft hier bewegt wird. Ihr wisst, alle Materie ist schallbewegt und spirituell bewegbar. Dankeschön. Jetzt was Fröhliches.